Willkommen zu einer weiteren Folge Konfetti Left 4 Dead 2 Jetzt musst du erst mal nachdenken Ja, ich hab ja noch ein bisschen das Gott vergessen Ja, das ging ja auch Ja, das ging ja auch Brain AFK Mit am Start der Pfander Und der Robo, der im Umstich lässt Ich lass dich nicht, deine Freundin Boah, dann nicht die Tür zu Jetzt mach ich die Tür zu So, was ist denn drin? Was ist denn in der Grube? Äh Oh Da hat er noch einen Medifest gelogen? Äh, ich weiß nicht Da muss ein Zombie dabei gewesen sein Grabräume Sie Stirb Stirb Oh Stirb Nein Ja, ich war froh und trotz dass du mich ständig hier mobsst, hab ich dich noch weiter gerettet Und wie dankst du es mir, du schießt auf mich? Nein, da hinten war ein Zombie Ich hab das Video Oh Und guckst doch zu, wie Rochelle hinter dir vom Smoker weggezappelt Ah Das hätte ich mich hinsaufen Ah Kriegst trotzdem keine Tätowierung hier Okay Nein Ihr laufst alle vorbei Ha Ha Kamoratisch, weil Rochelle ist doch Guckst wozu? Nein Halt dich holz einfach durchs Fenster und schriff die Smoker so beiläufig noch Ah Hanno Das ist doch mal Ja Da sind wir Ah Schuldes mir was Arschloch Hä Ich hab dir grad die Smoker Ich hab die Zombie von der Nase weggeschossen Oh Gott Ist es noch besser Oh Spät Da war noch ein Splitter und den hab ich auch noch weggemacht Komm ich hier raus? Bleib einfach dort Ich versuch dich von hier oben noch zu schützen Ich geh hier ins Rohr, da hab ich jetzt nur zwei Seiten wo die kommen können Ach ich komm mal mit runter So schäpen mich die Waffen hier oben nie an Warte ich muss noch mal zurück, ich möchte noch mal die Munition voll tanken Ich glaub nie, dass du da noch mal zurück kommst Ich glaube du kommst Scheiße Scheiße Ich glaube ein bisschen rüber, ey hier unten dann Oh Hallo Oh, AK Oh, AK ist gut Oh, Mann ey Hat ein Röschchen getroffen Deswegen lach ich so bescheuert Immer ich Holzschläger Boah, hab ich den weggeaxtet Hier oben, hier oben Was, hier war's oben Warte, warte Was gibt's denn da Was gibt's denn da Also, der Cover inklusive Inhalt ist mein Ihr könnt gerne die Waffen bekommen Oh, okay Die Waffen sind euch, der Rest ist meine Nein Ab Ab Ja, du Wingsfrost, du Ich hab dich dreimal getroffen Oh, ging's nochmal lang hier Ach so, hier hoch Ja Oh, Till Hint Du kennst nicht mehr mal was Hier ist nochmal Boomer-Kotze Hier ist nochmal Boomer-Kotze Nein, ne Wohl Ja doch Hier ist nix Reloading Geh ich mal runter Jung Hö, hier waren wir doch eben schon mal Oh ne, hier drüben Ach ne, wir müssen... Ah, da rüber müssen wir, ja Wir holen uns, ich würde uns auch gegenseitig hinlangbounce Schörter was Oh, komm, Pock Schörter Haha, Feuer schlagen die Sau Ähh Farnbo, bist du jetzt so froh nehmen, dass du Golf spielst? So? Hast du einen Golf-Schlägerin? Das hat dem Char-Jahr gerade richtig einen auf die Nuss gegeben Höhöhöhöhöhö Den, den, den zwei, den ersten Schörter, den hab ich auch schon wieder mit umgeklüppelt Boah, Klasse, hallo, Beschwerde an dich Was mein Kaffee ausgetrunken Ich? Ich? Wer soll das? Pahne, trinke Kaffee, das kannst nur du gewesen sein Ach Quark Ne, Kaffee Oh, hell no, boy Oh, hell no, boy Don't take me, excuse me Ich fange nicht nur, oder? Ich fange nicht nur ein Golf-Schläger Wo soll denn hin? Ist er tot? Ammonieren? Da ist nix mehr Was soll ein Beziehtank? Kotzer Oh, ich habe noch Munition, ne Ach ne, die Waffe will ich nicht Ähm Kortet, das Klavier kannst du nicht benutzen Hier ist noch, äh, ne Spritze Batch, 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 Keller Party aufgelöst Geil Weißen Katana Medi-Pack, hier ist meine Äh, wie wär's dir mit meinen? Ich Äh, Sandor Foto hier Foto 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 so derbe darfst du auch nicht zu viel von dem weil das zieht ja auch Lebensenergie ab müssen wir denn hin? das ist ja jetzt doch mal lang ah hier vorne hier geht's durch es hört aber auf hört aber auf sie schießt auf mich sie ist doch geklappt es ist eine Ruhrpunde ich hab noch ein Kotze oh Mensch alter wollen wir vorher Brandmunition einstecken bevor wir da runter springen? ja wäre nicht schlecht ich habe nur noch 13 Schüsse für ein Zombiefeuer komm die Katze hier ist die Leiter gut dass wir Brandmunition haben da ist die gleiche Feuer und Flamme die alte hab auch noch einen Molli den ich erstmal auf die alte hauenband ach so wir müssen ja erstmal ich glaube da drüben liegt muni ja und hier soll die Witch vorne um die Ecke pass auf da auf die Ecke im Tunnel ist die Witch und ich sag doch pass auf da ist die Witch ich glaube die Brandmunition heben wir uns auf wenn hier gleich die Meute kommt ja 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 mal drücken ja hoch du Sau geh runter du Sau ich glaube wir müssen laufen im Wasser ja stimmt wir müssen ja lang ja 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 ich meine die Brandmunition eigentlich immer noch so kurz Feuerstöße machen ja 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 das ist vorbeigelaufen ja ja ich sehe nicht der Kassel ist weg aber ich habe ich gerade jetzt müssen wir machen nach einem Prozent ich kann doch schon schneller jetzt nicht ich hänge ich bin gleich tot nein ich schieße doch schon ich hab nur noch schutzweiß ich fühl's auch nicht gerade gut warte mal roro, komm mal her oh versuch dir heute abzuhalten wie kann ich den heilen wie kann ich den heilen wie kann ich den heilen neben rechte maustaste gedrückt halten ich bin neben mir und klick rechts macht er nix wir wollen mal ein stück nach vorne ach hier ist ein mediker ich kann sie nicht oh ja ok ich muss mich heilen schneller ich hab nur noch 3 2 oh ja oh ja oh oh halte die meute ist gut hohohoh zombie feuer deluxe alter hier gibt's vorkscheide waffen oh was haben wir denn da weißt du wappen hm 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 äh äh wahn 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 wie wahn 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 Mach doch das Tür zu. Das ist ein Jockey. Danke. Das ist schön ausgesperrt. Das war knapp. Er war denn dran? Du. Ich? Ja. Du machst Sachen. Assi, wäre gewesen, wenn du mich mit dem Jockey ausgesperrt hättest. Ja. Oh, genau. Er hätte aber auf den Rohr schieben können, weil er hat gesagt, mach die Tür zu. Dann wäre auch ein Rohr wieder schuld gewesen. Ja, ich bin immer vertschuld. Ja, ich weiß. Naja. So, liebe Leute, das war's mit dem Volk. Wenn es euch gefallen hat, das dann Kommentar, Daumen oder Able. Alles klar. Ihr bedankt uns, dass du es zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Voll jetzt. Voll jetzt. Jetzt hat es sich das Medifekt gekallt.